Die Steinriesen büteten in der Ferne und die Gemeinschaft sammelte in höchster Not ihre Sachen zusammen und suchte verzweifelt nach einer Höhle, in der sie vor dem Sturm Schutz suchen konnte. Was hast du denn hier für ein Ei gestört? Aha. Oh, wir können was zusammenbauen. Ne, das sind nur Sachen zum Einsammeln. Oh, hier ist so ein richtig teurer Stein. So ein Stein und zurück geht es anscheinend nicht. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall hier Deckung suchen. So, K. Höh? Kann man das nicht? Nein, nicht umbringen. So, du machst es jetzt. So, der kann das. Ja, der König, ja, auf den König kann man ja nicht drauf klettern. Nein. So, hoch. Ja, das ist so. Aber man kann schon drauf springen oder hoch springen. Sehe ich so. Ich glaube, schon gedacht, da bleiben wir jetzt hängen. Höh? Nein. Hoch geht's. Höh? Nein, hier vielleicht. Nein, nicht nach rechts. Ja, nein. Komm schon. Dann freue ich mich nicht. So, weiter geht's. Lalalalalala. Oh, ein bisschen hier steil. Ach, da ist ein teurer Stein. Links. Hi, du bist was zu zerstören. Wir brauchen hier einen Kumpelangriff. Komm her, König. Nein. Da, Prinz. Ist der König oder Prinz? Ich denke, der König sollte noch im Leben sein. Ich weiß gar nicht. So, weiter geht's. F. Alles verstört. Okay. Weiter geht's. Wir müssen hier einsammeln und es geht ein bisschen weiter. Nein. Oh, vielleicht. Ach nee, wir müssen hier rein. Durch Nest und erschöpft stolperte die Gemeinschaft in eine große, leere Höhle. Das Glück schien sie an einen trefflichen Ort geführt zu haben, um den Sturm abzuwarten. Doch dies war leider ein Trugschluss. Scheint sicher zu sein. Zieh dich weiter hinten oben. Höhlen im Gebirge sind selten unbewohnt. Wir sollten doch in den Bergen warten, bis der Lauf zugestürzt. Läne ändern sich. Wofür? Übernimm die erste Wache. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist der, was ist der Fall? Was ist das? Zurück! Bleib zurück! Ich barbe, ich komme kein Träger. Hä? Was hat das denn jetzt bitte? Hä? Wieso hat es mir jetzt geholfen? Oh, was ist das denn jetzt? Oh, 1x5. Irgendwie. Ah, wir müssen jetzt die Pilzchen zerstören. Die gibt es noch ein bisschen. Lalalalalalalalalala. Alles zerstören. Boah, fünf Pilzen kriegen wir aber viel. Oder auch nicht. So, Ork, wieso bist du denn so durcheinander, oder? Gibt es eine Kiste? Okay, da gab es nichts so viel Gutes. Ich brauche erst mal ein paar Pünktchen. Ork, wir können ihn auf jeden Fall nicht besiegen. Doch, können wir, aber wofür? Wir sind liebe Jungs. Er hat mir das Schwert überreicht. Da tüten wir ihn auch nicht. So, weiter geht's. Ah ne, er folgt mir. Er folgt mir sogar. Ah, das ist mein Kumpel jetzt. Jetzt geöffnet er mich an! Oder was? Nein! Böser, böser! Böser, böser, böser. Ah, man kann ihn nicht töten. Aber er regeneriert schon nach einer Zeit. Also, er... Das ist echt komisch. Hm, ich verstehe es jetzt grad irgendwie gar nicht. Was ist das denn? Wir müssen auf jeden Fall hin, um nach oben zu gelangen. Dann sagen wir mal kurz der Pünktchen ein und gehen dann auch weiter. Können wir auf jeden Fall wechseln? Ja, können wir! Nein! Nein! Hallo! Nein! So! Was kannst du denn machen? Was hast du eigentlich für Waffen dabei? Du hast nur ein Schwert. Gehen wir auf jeden Fall mal hoch. F? Ne, der kann auf jeden Fall nicht klettern. Aber der. Gehen wir nach oben. Loppe, wir sind oben mal aufgetaucht. Jetzt stellen wir mal das Ding. Aha! Zack, nur ein zweites. Gehen wir auf jeden Fall mal runter. Eingesammelt. Und was ist das denn hier? K. Jetzt müssen wir das bestimmt nach da oben werfen. F. Aua! Boah! Jetzt muss was hier... Ah ne, war doch kein Stück groß. Zusammenbauen. Ah ne, da kann man auch was zusammenbauen. Noch einen zweiten Stein. Und einen dritten brauchen wir gar nicht. Ah doch, wir brauchen noch einen dritten. Nein. Hier müssen wir hinten. ich hoffe doch dass ich an der zeit nicht kaputt gehen nicht kaputt so weiter das geld köpfe nein hör auf bewisse können mit ihnen scharfen clown an lego bis wenden klettern einmal 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 auf den kopf schlagen so jetzt ist ja auch alles okay du musst mir helfen ach der typ kann ja hochklettern weil kann ich da nicht zu stören ein paar kann man nicht haben vielleicht da ein bisschen geld und da so etwas okay wir kommen jetzt ein spielbuch das weiß ich jetzt nicht ganz der liegt ein bisschen gold können wir eigentlich brauchen aber dann müssen wir hinkommen ja 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 da hoch müssen wir nicht auch kommen da links geht das klinge nicht zerstört wir müssen das jetzt zerstören beziehungsweise gleich zusammenbauen zusammenbauen ak und wohin damit jetzt nach oben ja toll aber wir können was wieder zusammenbauen oder das heißt jetzt null gelohnt das zu zerstören irgendwie hoch das sind jetzt müssen wir das zerstören müssen das mit einem kumpel einkopf machen bewusst mit hier aus kommt ja auf jeden fall nicht weiter und was machen wir jetzt also das ist so ein insider wird dieses bild aber den verstehen wird man nicht so verstehen das ist so ein musikvideo habe ich gemacht und am ende war da sowas tolles mit wehen gehen so ein witz aber das musikvideo welchen hochplan das ist ein bisschen toll geworden und sofort so auf jeden fall wir kommen ja hier auf jeden fall weiter auf jeden fall auf jeden fall ich mache das wort auf jeden fall doch nicht müssen so weiß man nicht weiterkommen muss man sachen zerstören oder ja jetzt haben wir wir müssen wieder zusammenbauen was ich natürlich hasse das auch für mich arbeitet so nein mein arme seisen holz von holz da gut ist ein bisschen was gesammelt haben und sein land auch noch genug so haben wir brauchen eine karre wir brauchen jetzt so ein drehtal dann wollen wir so eine platte nein wir haben wieder geld verloren man sofort verlieren 6000 immer nicht immer so blöd nein das ist eine kleine platte man hat mich erkannt so hier brauchen wir eine kleine platte da oben brauchen wir so ein zweier ding ja 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 ich werde ich noch einmal bauen ich brauche mir so ein ding dann ist so ein pilze genau was das ist und wir sind richtig wir waren gerade auf dem rad schade jetzt haben wir wieder verloren hier unten das ding so perfekt wir waren ach das ist eine katapult interessant interessant aha müssen wir da rein blub und jetzt hä 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 Da steht, dass nur die Typen hochklettern können. Aber wie kriegen wir hier Bilbo raus? Hier runter, wenn wir da runter springen, dann ist er tot. Ja, sie sind ja auch gestorben. Wenn wir wechseln. Zurück kann er auch nicht. Toll. Hä, wie kriegen wir jetzt Bilbo rüber? Hallo? Kann das überhaupt hier... Kommt mir hier überhaupt weiter? Nein, ich bin ein Blaken. Ich bin ein bisschen beim Backen. Hier steht doch nur, dass die Typen hochkommen. Bilvisse können mit ihren scharfen Klauen an Lego Bilviswänden klettern. Ja. Und, äh... Was ist jetzt mit mir? Upsi, Upsi. Hä? Hä? Das wäre echt schön, wenn ich doch wissen würde, wie man hier weiterkommt. So, hier müssen wir eingesammelt. Das bringt ja alles gar nicht. Wir müssen da irgendwo hochkommen. Nur Rat. G hat nicht wirklich viel gebracht. Ja, ähm... Wir haben jetzt eine Katapult zusammengeklatscht. Da scheinen wir irgendwo einen Fehler gemacht. Ah, wir müssen was zusammenbauen. Ah! Wie ich gelernt habe, falls man nicht weiterkommt, muss man auch was kaputt schlagen. Rüber hier. Nein, nein. Rüber. So. So, jetzt kann es aber weitergehen. Ein mit dir. Du aktivierst jetzt schon das Ding. Und, zack. Bam. Nein, Katapult. Arme Katapult. Hier links sollten wir das noch zerstören können. Können wir das mit einem Kumpelangriff? Nein, wir können mit ihm keinen Kumpelangriff ausführen. Also, wir können das hier nicht zerstören. Das müssen wir dann vielleicht später zurückkommen. Das sind auf jeden Fall irgendwie Ressourcen oder so. So, weiter geht's. Spritz und Spurke, mein Schatz. Was hieß das, mein Schatz? Hat er sich verehrt? Mein Name ist Bilbo Bointy. Ich bin ein Hobbit aus dem Auenland. Und ich möchte so schnell wie möglich nicht mehr verirrt sein. Wir wissen's. Wir wissen sichere Wege für Hobbitze. Also, wieso machen wir nicht ein kleines Rätselspielchen? Ja, ja. Und wenn es verliert? Nun, wenn es verliert, mein Schatz, dann fressen wir es. Einverstanden. Was hat Wurzeln? Man kann sie kaum sehen. Ist höher als alle Baumwipfel stehen. Nach oben steigt es bis ans Licht. Und dennoch wächst es nicht. Aha, so, auf jeden Fall, ähm, ich denke, das Rätseln wird etwas länger dauern, weil ich bin ja halb blöd. Wie ihr schon das gemerkt habt, ich bin nicht so gut im Rätseln und so weiter und so fort. Und ich denke mal, ähm, ich habe auf die Uhr geschaut wieder mal und ich habe gesehen, die Aufnahme hat hier erreicht. Und ich denke, wir beenden einfach die Aufnahme hier an diesem sehr passenden Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das hier gespeichert wird oder nicht. Mal schauen, ob wir wieder hier zurückkehren müssen. Aber stimmt, hat es dann hier schon gespeichert. So, auf jeden Fall, mit diesen Worten beendige ich dann auch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.